Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, YouTube Gamescom ist heute im Livestream und ich rede heute über meinen Freund OpenMind. Und dazu zocken wir eine kleine Runde GTA 5, würde ich sagen. Genau. Und ich erzähle euch heute was und OpenMind hat mich auf YouTube abonniert. Oh fuck. Ohne Scheiß jetzt. Er hat mich wirklich auf YouTube abonniert. Aber dazu nähere Informationen im Video. So. Also. Es ist amtlich, offiziell. YouTube Gamescom auf der PS4 hat einen ganz berühmten Abonnenten. Also er feiert meine Videos. Ich weiß, dass er meine Videos abonniert hat, OpenMind. Wer OpenMind nicht kennt, das ist der Drogen YouTuber. Da schreibt schon einer Islam Aslanov. Hey, Moin Moin. Ja, OpenMind, also Simon ist ein richtig cooler Typ. Äh, versteht mich mit dem richtig gut. Es wird Projekte geben, Videoprojekte, Zockerprojekte und noch vieles mehr. Ja. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Und auch wenn wir heute schon dabei sind, ähm, dann reden wir heute über Drogen. Genau. OpenMind erklärt das richtig gut. Er zeigt die Risiken von Drogen. Und er sagt auch, dass Drogen scheiße sind. Und das finde ich toll von OpenMind. Das finde ich wirklich toll an OpenMind. Dass er das alles so erklärt. Ähm, und... Ähm, ja. Wie zum Beispiel LSD wirkt. Wie Marihuana zu sich genommen wird. Oder wie man Marihuana konsumieren kann. Zum Beispiel mit so einem... Mit Wasserdampf kann man es konsumieren. Oder man kann es in Kekse reinbacken. Oder man kann... Ähm... Was meinst du? Simon... Di... Uso? Wer ist Simon Di Uso? Ich meine OpenMind. Der YouTuber mit fast... Eine Viertelmillion Klicks. Äh, Viertelmillion Abonnenten. Eine Viertelmillion Klicks wäre ein bisschen wenig. Jaja. Finde ich richtig cool. Könnt ihr gerne sehen. Geht mal auf Facebook. OpenMind. Er hat mich bei Facebook... Gleich... Gleich platziert. Er hat mich markiert. Hier ein paar nette Worte hat er geschrieben und so. Ähm, seitdem geht mein Kanal hier auch richtig ab. Ähm. Jetzt kommen alle wieder an. Die ganzen YouTuber. Commander Krieger hat sich gemeldet. Ey! Junge Zocker! Komm, wir machen mal wieder was. Ich hab gesagt, ey Commander Krieger. Nimm jetzt erstmal ein paar Kilo ab. Ne? Du hast zu viel Fett an deinen... Äh, Rippen, hab ich gesagt. Oh, da ist aber sour geworden, Alter. Hehehe. Naja. Ist mir egal. Ja. Auf jeden Fall, Ende des Jahres plane ich meinen 50.000 Abonnenten spezial. Äh... Ich denke, mit OpenMind werde ich das schnell packen. Muss ich mal gucken. Werden auf jeden Fall besuchen, OpenMind. Es wird ganz große Projekte geben. Es wird richtig, richtig fett. Oh, das gibt's so gar nicht. Ich werde eine richtig dicke Tüte mit, äh, OpenMind rauchen. Richtig dick. Und dann werden wir ganz viel Knast da rauchen. Und dann werden wir... Dann werden wir... Dann werden wir... Oh, herrlich. Ah, dann nennen wir Koks ziehen. Das gibt's gar nicht. Da freue ich mich schon mit OpenMind. OpenMind spendiert natürlich alles. Er hat das YouTube Money. Das habe ich leider nicht. Und ja. Live Stream beendet. So. Komm her, du Weißbrot. Ah, nur Ungläubiger. So, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Heute geht's, komm auf der Playstation 4. Und abonniert alle OpenMind. Und der junge Zocker. Ciao. Yes. Ich bin fame. Ich bin fame, ihr Hurenzöhne.